Mein Name ist Ulrich Schneider. Diese Gesellschaft in Deutschland altert. Viele Menschen haben im Alter nur wenig Geld, können nicht mehr sozial teilhaben, mitmachen und genau da wollen wir mit unserem Stadtteilprojekt hier in Berlin helfen. Wir wollen Menschen zusammenführen, wir wollen Netzwerke schaffen. Diese Menschen sollen gemeinsam was entwickeln. Das wollen wir erreichen. Ich setze sehr stark darauf, Menschen direkt anzusprechen. Hin und wieder fahre ich einfach in das Quartier und stelle Projekte vor, die wir haben. Weißt du, was ich heute Morgen gesehen habe? Alte, einsame Menschen im Bus warten. Häuschen, weil die den Weg nicht mehr in einem Stück schaffen. Da musst du mal drauf achten. Besonders schön finde ich es, wenn die Gespräche eine bestimmte Tiefe kriegen, dass Menschen auch über sehr persönliche Erfahrungen sprechen. Und da entstehen tiefere Beziehungen, die auch länger halten können. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen. Eine Reise für zwei Personen mit Thomas Cook Signature ins frisch renovierte Sentido Perissia an der türkischen Riviera gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 0821140. Einen VW-Take-Up gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 3041618. Inmitten von Weinbergen die Annehmlichkeiten eines luxuriösen Fünf-Sterne-Superior-Hotels mit vielseitiger Gastronomie genießen. Einen einwöchigen Aufenthalt für zwei im Victors-Residenz-Hotel Schloss Berg im Saarland gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 2069938. Einen VW-Take-Uan Comfortline gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 2720600. Und 100.000 Euro gewinnt das Losnummer mit den Endziffern 4528524. Und kurz vor der Tagesschau geht's weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017